Herzlich Willkommen im zweiten wichtigen Haus. Hier bekommst du kostenlos den Hut für unser Rollplay. Den Hut und drei Free-Waffen gibt es. Außerdem kannst du dir hier zusätzliche Waffen kaufen, die natürlich etwas kosten. Damit du dann direkt ausprobieren kannst, wie gut du schießen kannst, haben wir natürlich auch einen Schießstand, dass du nicht direkt draußen abgeballert wirst von den Monstern. Diese Kisten hier auf der Erde kannst du aufsammeln. Dafür erhältst du dann einfach Munition. Des Weiteren, was du unbedingt brauchst, ist der Fallenhart. Diesen gibt es natürlich auch kostenlos. Also einfach draufklicken, anziehen, auf Teilnehmen klicken und später dann bei der Bank ein Konto eröffnen. Aber wo die Bank ist, zeige ich dir später. Dr. 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 Dr